Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von VMAX TV. Wir sind mit dem Polo GTI an der Amalfi-Küste unterwegs und wir haben den Polo GTI ja schon mal ausführlich im Fahrbericht getestet. Den blenden wir euch jetzt einmal hier ein. Und wir waren sogar schon mal mit dem Polo GTI auf der Rennstrecke. Das blenden wir euch jetzt auch hier ein. Und jetzt testen wir den kleinen knackigen GTI einfach mal hier im italienischen Alltag. Fahren mit dem GTI hier durch die kleinen kurvigen Bergstraßen und genießen hier einfach mal diese wunderschöne Landschaft. Und genau das würde ich euch jetzt auch sagen. Lehnt euch mal zurück, entspannt euch 3, 4, 5 Minuten und macht mit uns eine Runde Kurzurlaub. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.